Leute, willkommen zurück zu mir, Tobia. Verletzter Elf, Alex. Alex. Oh, wie schrecklich. Du bist immer offen, wie du darfst. Aber einen Trumpf haben, die wir täuschen, dass die uns beschützen werden. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Okay, okay. Kann man ihn nicht stoppen oder so. Leute. Boah, keine Ahnung. Ich habe keinen Freunde. Komm, nehmen wir einfach mal. Leute, ich werde das später ändern. Ich werde das einfach mal später ändern. Ja. Später. Später, später, später. Später, später. Bitte, liebe Fee. Bitte, liebe Fee. Ja, ihr habt schon mal gesehen, da bin ich Alex. Oder Alex, keine Ahnung. Von Minecraft. Okay, ab ins Dorf. Elfendorf. Ja, das ist doch toll. Ja, da sieht man schon die ganzen Leute. Johnny, warte, das habe ich doch geändert. Ich habe doch schon hinbekommen. Ja, ruhig zu mir. Johnny. wood каких tahunn? Mann, das meine Brüder. Es... Wimmt... Das war in den Sinn algern. ... ... macht die Marc vorhandener. Ja. Ja, ich bin bitter. Ich bin nicht agreAND Generation. Und da geht's. Weid... So, wir haben... 4 5 5 wenn auch glauben Verschuldungswege du bist die beste zurück zu die Zukunft zu das das 3 wenn sie für Schorl oder so und auch für die Prozesse die Prozesse die Prozesse die Prozesse wie du glaubwürdig und nur die Kühne und nur die Bedeutung ich kann nicht und nur die Bedeutung eine Art welche Teilharder der Bestätigkeit Schellertschät ganz schnell die Stärkstehe er ist es nicht er wird nicht mehr zu streichen mir geht es haben ja das ganze da fliegt diese Eimer wie viel das ist doch Alba diese Gang wollen mit ihren Zaubereienzeiten etwas besonderes aber ich habe auch mein Talent in Stimmens oh nein ich habe mich verglückt genau einer will der erkennt sowas ach Sanja oh mein Gott die Bunyan bäh mir ist alles ganz egal was du auch sagst es kommt ab mich nicht auch da es kann ja auch die es ist mir doch egal z ich bin eine Hexe fort mit dir du was wo bin ich das ist doch ganz schön was komm ich geh mal weiter ne 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 jetzt schon es ist so schrecklich stellt euch vor das ist irgendwas Fäsche 4 3 weg der Dunkelfüß Darksaurus hat das Elfenhof überfallen die drei Fäsche 4 hatten sich ihm entgegengestellt um dort zu beschützen nach dem hartem Kampf war der durchsichtige Tor geflogen aber weil die Sachen nicht angeschaut die Schwestern wenden sich als Dingsl ankommen und so und zauberten bei den Elternschwester weg das ist zumindest was ich diesen Wurz weil so ich bin ich bin meine Schwester 2 2 2 richtig das ist für ein paar jetzt geht die Zitrusse gefangen das ist also unser Ziel die Zitrusse die ist doch cool vielleicht kennt ihr die Zitrusse die Zitrusse ich mag die Zitrusse ja da ist ein Tor da gucken wir auch mal bald vorbei das ist dann Finster Forst krank sachen es gibt ich sag doch gibt so viele Gebiete wir sind noch kein Gebiet aber gleich vielleicht vielleicht wir sind jetzt zu dritt ja zu viert eigentlich ja eigentlich sind wir gut bewaffnet wir sind zu viert neue Gegner Waldkobold die halten mehr aus als die Normalen auf jeden Fall aber auch kein Liederangriff nein nett ja das hast du davon dann mal los ok angegriffen soviel dazu Leveler ich lerne schon wieder was ah nein Pixelfreund sanft damit er an deiner Stelle angreift Popopixer und macht glaub ich mehr Schaden ein bisschen Blumdorf Stelle mit zwischen Blumdorf HP wieder her endlich lernst du mal was besser du hast noch nichts gelernt aber endlich lernst du was also die Blume kann auch angreifen der also Blume erlernt auch eine Attacke noch gar nicht so spät die 19 oder so weil kommt dann direkt frechen fixer machen ich glaube zuviert sind wir ganz gut bald zu fünft bald zu fünft wird auch krass oder zu sechst wenn es kommt noch zwei aber es sonst noch keiner gekommen nur Maudado und es wird noch eine Überraschung geben keiner mehr es sein wird äh es hat bei dieser Seite schlafen aber hallo lass ihn mir aber was habe ich geschafft boah ich weiß es wirklich nicht ich muss es in Ruhe überlegen äh mir fällt keiner ein Uwe Schaden Uwe Schaden ja aber dadurch erzählt ich will ich werde es bald zeigen aber auch in Sagen ich war mir fällt halt gerade keiner ein okay jetzt kommt wieder jemand oh dann wollen wir sich die anschließen ja Leute ich habe mir schon mal überlegt ja Leute wieder ein Junge ich weiß dafür in der Stadt sind viele Mädchen relativ viele Mädchen also ja ich weiß ja keine Mädchen im Team die sind ganz okay die Haare wie will ich das machen so etwa das sieht ganz komisch aus bei mir ist ne sie sind ein bisschen kleiner ne so wie habe ich das nochmal erstellt Mund muss mal gucken boah ob ich das jetzt finde noch ne ich weiß es nicht muss ich erstmal ein bisschen weiter mein Video scrollen um das zu finden ich finde es nicht ah ok ich weiß jetzt wieder so ganz andere Augenbrauen so ganz andere Augenbrauen bisschen nach unten und da habe ich den hier glaube ich bin die Augenbrauen Augen müssen wir müssen eng ändern ne ich hatte andere Augen eigentlich wie sind das wie sind das die Augen das ist die die Augenbrauen die Augenbrauen nach oben und sonst habe ich noch die Farbe so mache ich das ne so oder soll ich ihn doch so machen so so mache ich ihn so habe ich ihn glaube ich ich ändere es ich mache es glaube ich doch so ich so mache ich es einfach mal so nein ich habe wieder alles vergessen man natürlich habe ich das vergessen nochmal so so die Namen Fox 6 Fox 6 Fox 6 passt genau machen wir mal einfach lässig vorsichtig wir machen mal vorsichtig einfach mal ich brauche so dich mache ich einfach mal aus dem Panzer weil ich will den Panzer mein Team haben ich will den Panzer mein Team haben ja weil er ist stark der macht guten Schaden und deswegen ich will halt auch an den beziehungsweise Fox 6 mein Team haben also ja Panzer Fox 6 ich habe dich warten lassen ich bin Fox 6 ich werde daran arbeiten um den Team gute Dienste vielleicht eine Antwort ich darf doch in dein Team oder Fox 6 hat sich dir angeschlossen ok komm mal rein du möchtest direkt was kaufen Fock Holzpanzer ok ok ja er sieht ganz cool aus ist ob das so stabil ist ist die Frage ne gut ich kann denn nicht zu sagen das ist deine Entscheidung aber Fox 6 was möchtest du essen wer ist mit stimmt das probieren noch das das ist gut ja gut das war Abwehr oder ja gut das magst du nicht wir müssen wissen was los werden du machst du schon liebentost ja da magst das Henshin Curry ok Eche Eche esse das mal oah das war nicht gut tut tut leid ok es hat nichts gebracht aber das waren das von schlechten Rufs muss sagen egal nächstes Level und da ist wieder der Chris Freak Modell die Säuse Dorfbewohner nennt man die auch aber auch Middjah also ich nenne die die meisten nennen die so aber Dorfbewohner kann man die auch nennen Wohne oder so und neue Technik Blumenthof wie viel also wie viel MP macht äh HP macht das 17 gerade ich hoffe ich bin gar nicht drauf gekommen wie das heißt vier schaden auf einem jahr ist okay kann man machen sonst hatte ich mehr schaden aber bei keine ahnung warum trinken und du kommst direkt an die nächsten ich habe mich aus drei jahre und nach kurz vorgespult aber ha 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 sehr lustig diese zu fünf leute ich habe keine lust mehr atempausen monster leute online keine monster wird schon wieder das wird schon ich muss mir wirklich mal schlachtrufe ausdenken für vork weiß ich ein für mich weiß ich leider noch kein ich weiß nicht ich freue mich auf dem bett ja wer nicht so sehr genau immer auf die mund muttert mundtotate wer kennt es nicht mundtomate weiß ich ob das so gut ist dass ich gerade gehalten hast aber es ist so zwei mp also wenn man angreift mit dem panzer normaler angriff das macht schon zwei mp weg ich habe jahre gewartet gefühlt aber wir sind sehr schwach muss ich sagen ganz ehrlich glück hat er den an das war so dumm trocken wenn ich ehrlich das das hätte sich gern ob es zu übernahmen okay dann ist es so jetzt das sind die bananen mit projekten ein freund dient als munition um einen gegner zu treffen jetzt schon so früh ich bin also als ob du jetzt so schon das macht folgenden schaden ich dachte es kommt dieses wildes nie äh dieses mies wildes geballert angeben ich auch Mordado weiterspielen und du möchtest Papa ist wieder immer und stabiler du weißt du schon wort irgendwann ist kaputt gehen ich bin nicht sicher aber es kann sein bei deinem Panzer und dadurch du brauchst wirklich was wie die kühlschlüsse du hältst nichts aus gut wie soll nicht so auf die abwehr er so um keine Ahnung okay das meine ich ja leider nicht abwehrt nehmen aus 1 an ist auch nichts anderes an wenn du das magst ich habe wieder Mülleimer was ich habe ganz gegeben das macht es bestimmt nur aber habe hier das gab es hier hier gibt es es ist okay eine Bekannte auch mal ein Chris Freak von den Ingen überspringen ich mag die Mitnißung der nervt wir haben gegen den Block Goldbein jetzt keine Chance ich kann aber auch schon Steve ist noch gar nicht hier war es ist die fehlt noch das ist kann und da steht das aber es ist ich bin nicht einfach nur die nahe und das ist unlogisch es war gut man schon die gleichen Haare wie Kupan Elzen Kupan Elzen ich habe die gleichen Haare ich soll mal das Gleiche Kupan kann nun schon wieder was soll es war ehrlich was wird sie von mir bildet und ich habe es zu meinen Stabrechst Rakt auch toll aber nah Mark und die Brüder nicht so viel Heilung und einen Weg gehen wir noch ein Level gehen wir noch vorwärts Marsch Domi Domi Dima Tomaten 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 wollten dich fehlen im Garten und Storbrust übernimmt Spaten wird auch dein Gesicht rot wie Tomaten dann musst du auf den Arzt warten doch wenigstens was zu Tomaten ich weiß nicht ob ich beeindruckt oder besorgt sein soll Tja das war ein guter Song muss ich sagen ja sehr gut ich brauch was zu futtern vier von den Dingern ich mit meinem schwachen Angriff aber das könnte von hinten tut es auch ist doch keine Banane du kannst angreifen kann ich auch heilen ich bin eigentlich voll streng hier ne ja schon wieder das Wunder wahrscheinlich nein sei nicht nett Maudadu da 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 verstehst warum die Freundschaft sich werden aufwärmt aufwärmt vorsichtig jetzt schon ist nicht schnell auch 13 schon wir schaffen das der Baumeister schon er tanzt toll ja er ist am Abend Maudadu Taudsins Geländers eingefallen Freude aufstehen und Blumen riechen das ist jetzt also wiedergelegen ja aber das ist ja noch ein Gegner beziehungsweise mehr Gegner aber sie nicht so schlimm die halten hierfür ein bisschen ausglaublich weil wir sind ganz so weit ja doch die halten nicht so viel aus ich habe mir den bisschen stärker vorgestellt und Panzer habe ich mir auch ein bisschen stärker vorgestellt frecher Piekse los geht's ich mache gefühlt immer gleich viel Schaden immer 2,3,4 mehr Schaden ja jetzt Maudadu das ist nervig ja wir hätten ewig so weitermachen können ich habe mir die wieder selber gegeben ich bin so ja aber wie ich Leute, dass wir das beenden, lasst ein Like und ein Abo da und das gewisse Video im nächsten Video wieder und tschau